leute das mit den daily uploads hat er super funktioniert jetzt wieder vier tage ich war ich habe euch dazu gezwinkert aber das seht ihr nicht wegen meiner sonnebrille es ist das beste wetter aller zeiten und ich lauch muss auch ein bisschen farbe bekommen deswegen bin ich jetzt hier draußen gerade bei meinen eltern nicht mehr in der stadt in der stadt ist mir ein bisschen sehr warm ich fühle ich ein bisschen herum kommt nach kommt mit kommt mit und ihr seht leute hier geiler pool youtube man nicht läuft mein kaputtes trampolin deswegen deswegen mache ich ja eigentlich neue videos damit ich mir neues kaufen kann genau haben auch viele geschrieben und ich muss mich mal bedanken bei euch das ich weiß nicht wieso ich das video heute machen ich habe ich nur gesagt heute kommt ein video das muss ich das video machen hier und ich habe nichts hier aus seine cam ich kann heute kein game aufnehmen das tut mir sehr leid muss ich sein und deswegen warte ich habe jetzt ein paar games gebracht falls es dir gefallen hat oder nicht schreibt das mal jetzt in die comments das ist eher so ein so ein video wo wir so von person zu person reden also bin ich heute ganz intim für euch da also also schreibt mir mal in die comments was für spiele ihr sehen wollt ob ihr merkt cod sehen wollt oder wer mit euch wieder mit der julia was aufnehmen soll ob ich slither.io akk.io diese ganzen spiele macht oder ob er was ganz anders stehen wollt schreibt das wirklich mal in die comments das würde mich mal brenn interessieren ich wollte jetzt einfach nur mal die letzten tage ein bisschen den channel neu starten hat finde ich bis jetzt gut geklappt die bewertungen von euch sind wahnsinn leute so gut das feedback hatte ich schon lange nicht mehr das ist ihr seid die besten Tolla kommt auch mit Die sirene kommt schon Am catchin fire man Und leute Was ich noch hier mache außer lernen weil ich habe jetzt nächste woche noch drei prüfungen drei uni prüfungen danach ist aber mega ab deswegen sei mir nicht böse wenn ich jetzt nächste woche nicht jeden tag was schafft aber wenn was kommt dann immer 20 uhr also Abonniert mich auf Snapchat am schluss vom video hätte ich noch die snapchatsäule von gestern dran die war Bombastisch muss man sagen ich meine die ganzen deutschen die ganzen deutschen die ganzen norddeutschen werden davon nicht so viel verstehen weil es schon etwas in mundart bisschen die leckt war Aber war geil war geil freiwillig fest läuft Da muss ich noch irgendwas sagen Was sagst du so zu dem wettraum Das gute das wettere Ja super war noch kurzes video häuser Wir haben vielleicht auch Videomaterial ist von 20 minuten Ciao